So, herzlich willkommen hier bei einer neuen Runde. Hier ist der StormBee wieder mit Nova. Der Ton ist jetzt ein bisschen lauter. Schauen wir mal, wie laut das ist. Zwei, eins, go! Abatour jetzt in unser Team, aber Gegner ist schon auch heiß. Die haben auch eine Valera. Wir sind ziemlich am Arsch. Ich fokuss die einfach die ganze Zeit. Die geht ganz gehörig auf den Sack. Dann nehme ich diesmal, glaube ich, eine andere Ulti. Oder soll ich wieder die? Nämlich weiß ich noch nicht ganz genau, ne? Diana hat kein... Ja, die kann... Kassa kann auch nicht. Die kann halt nur. Und Abatour... Bin ich mir unsicher noch. Das war knapp, ey. Fast hätte ich mal richtig getroffen, hätte ich den Kill bekommen. Ah, ich habe den Kill sogar bekommen. Cool. Hier weiß ich nicht, was ich gehen machen soll. Ich brauche ein Teammate hier unten. Ansonsten sieht das ziemlich scheiße aus. Komm, hol den. Nice. Na, danke. Jetzt gehe ich einmal nach oben, nach Kerrigan. Ich sage einmal, dass ich hinkomme. Na, das gerochen, dass ich komme, glaube ich, oder? Na, na, na. Ja, das gerochen, dass ich komme. Die Schreine werden in Kürze aktiviert. Helden, macht euch bereit. Symbiotische Verbindung hergestellt. Du, weil es ist soweit. Aktiviert den Schrein und richtet seine Wächter an. Dann soll es der Bestrafer... Oh Mann. Wählt ein Talent. Reichweite wieder jetzt nehmen. Das hätten wir an dem anderen anders machen müssen. Das ist aber nicht so schlimm jetzt. Ist jetzt nicht so ganz so schlimm. Wir sind warten, bis Wallerer draußen ist. Aber ich bin so blöd, ich kann nicht treffen, ey. Ich habe die gesehen, ja. Easy goal. Wir können es einfach nehmen. Irgendwie können wir nichts dagegen tun, ne? Boah, ey. Weg hier. Was wird sich denn tun? Wie viel brauchen wir noch einen? Ja, wir hätten zurückgehen sollen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin einfach zu blöd, um zu treffen, ey. Nein. Ja. Das ist nicht vorbei. Hilfe hinter mir. Los, Leute. Aua. Ach, ich hasse die. Ich hasse die. Wieso ist die eigentlich immer da? Wenn ich da bin. Das ist doch so dumm manchmal. Ey, 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 ey. Ach, ich hasse die. Kann man die nicht löschen aus dem Spiel? Macht einen Haufen Schaden, Stunt dich und die One-Hit-Tee, ey. Wieso auf mich? Kann man nicht auf Abatour gehen? Abatour macht doch gar nichts. Abatour hat doch ne. Gul'dan hat den meisten Schaden. Wir müssen auf die Map achten. Weil die ist hier immer irgendwo. Ah, hab ich doch gesehen. Wie kann ich das tun? Boah, ich dachte, die stirbt mir. Ich war ausgerastet. Du hast ausgespukt. Schnell, Leute. Leute. Aktiviert den Schaden. Lasst nicht zu, dass unser Gegner die Macht des Bestrafers beinspurt. Die müssen wir nehmen, die müssen wir nehmen. Jetzt habe ich noch einen Auto-Attack gemacht. Ich hasse einen Auto-Attack. Ich glaube, immer wieder. Ah, da habe ich sie getroffen, die Arschlochen. Oh, weg mit der. Nein, ich bin den. Oh, nice. Team ist sehr gut. Ich bin so dumm. Oh Gott. Ich hasse mein Leben. Warum kann man das nicht mit Gebäuden noch zählen? Das wäre viel besser. Dann werden die nicht immer so schnell weg. Nein. Auf dem Weg. Serviant, verpflanzt. Du, verstärkt. ok los klatsch dir um da ist er ich hasse die hab ich das schon erwähnt aber wer meint das hier mach ich keine ulti rein weil die können alles blocken und das wäre nicht so ganz so nice macht er denn da ist geht auf den bild welchen bild geht denn immer und dort wusste ja den ok der spiel wäre jetzt auch nicht so gut hier nein ich darf nicht sterben welch kühn heißt ich hasse oh wir haben alles getötet außer ich such den jetzt und dann töte ich den such den macht ihr mal ich such den jetzt eben der muss hier irgendwo in der nähe sein ok er war nicht so gut schade er hat mich fast leben gekostet aber ich hab die gut abgelenkt ja in versuch hatte ich ja wenigstens ne der valera macht aber auch vieles falsch was ich hatte valeras in gegen die auseinander genommen oder wie die heißt valera die der jetzt so wusste ich wollte die eigentlich töten ich muss jetzt weg mal nur jetzt muss ich hier rumfahren da ist die arschloch klappt es nicht persönlich ne ne mein nicht Boah, ich bin so dumm im Treffen, ne? Ja. Ja, meine Festung zerstört. Juhu, mir nichts, eine gute Nachricht. Okay, komm, wir ziehen uns doch zurück. Wohin denn? Nein, der hat unseren Kumpel. Ich komme. Was ist denn ausgetrickst? Was ist denn denn hier immer noch? Wo ist denn der? Hilfe, Leute! Ach, Mann. Egal, 15 Kills haben wir schon mal. Das ist gut, wir sammeln nämlich schöne Kills. Na, gehen wir um 8. Aber wieso fangen wir so, wir sammeln die? Ob hier die Objects machen, die ja. Das sind die ganz gut drin, aber jetzt verrecken wir, glaube ich. Weil ich nicht da bin. So einfach ist das nun mal. Wenn ich nicht da bin, läuft das halt nicht mehr so ganz so flüssig. Aber Abaton, so gut, da ist ja noch da. Ich gehe da raus! Wow, 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 Leute, Leute. Ah, war noch nicht so gut. Hätte ich die Ultima an können, hätte ich die Lüge gedrückt, dann wäre die weg. Jetzt kommen wir wieder zwei. Ah, ich hätte auch mal Level 20 warten sollen. Ich habe mal auf Level 20 gewartet, wäre alles nicht so schlimm gewesen. Die fangt nicht ab hier. Oh, wo ist die? Wir konnten einen Mörserbestrafer beschwören. Er hat jetzt nur meine Ulti. Wir sind auf und sind rum. Wir können dann hier auf. Kannst du mal auf dem Lüge machen? Ich bin noch Abstand. Oh, du bist so schlimm. Ach, ich bin noch mal hier, ich bin noch ein bisschen. Oh. Nice. Ich hab nochmal gewonnen. Alter, dann ist schon wieder ich. Ich hab nicht auf die Map geguckt. Woran die eigentlich her? Haben die eigentlich alles getötet? Mist. Smoothie erst mal dringend dazu. Leute. Aber, es sieht sehr gut aus für uns. Also, ich weiß nicht, ob wir das auch verlieren können. Uns fehlt einfach der Tank immer. Du meinst, sind Tanks oder Spiele ohne Tanks? Anlässlich, nee. Hatten wir ja auch nicht. Oder? Ganz so sicher bin ich mir auch nicht. Die tötet ich jetzt gleich. Ich hab nämlich nur 5 Aufladungen. 75% mehr Schaden. Da machte ich ja fast 1000 Schaden. Musst du eigentlich machen. Plus noch hier. Die Panzerung weg. Muss das eigentlich ein Mon jetzt sein. Aber diese Valera, wo ist die schon wieder? Nee, die ist nicht gut, glaub ich. 6, 7, 8, okay. Okay, Stats sagen ja nix aus, ne? Außer wenn die jetzt pusht, dann kann ich nicht mal die Ultima haben, weil die dann... Okay, ich komme! Wo ist die? Ach man, ich hasse die. Ich kann sie doch gemacht. Das ist der letzte Skill. Okay, bringt aber auch nix. Ich hab die so schnell downed, das kann die gar nicht machen. Oh nein, verpiss dich! Ich hasse die. So ne Scheiße. Was macht der denn da jetzt? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Okay, 2. Der hätte da auch ein ganz anderem Bild nehmen sollen. Hä, was nimmt der denn da? Ja gut, der macht viel Gebäudeschaden. Die Gebäude ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was hat der denn da für ein Bild? Ah, der hat... Über die Panzerung. Kerrigan ist halt gut in dem Fall. Die macht das schon, die regelt das schon ein bisschen. Ich finde ich die ganze Zeit... Oh, diese Valera, ey, die muss ich da nicht rausfokussen. Ich hab Angst, meine Ultima der zu verhauen. Ich kann eigentlich nicht mehr viel... Nur auf Jaina kann ich das nicht mehr machen. Auf Jaina und auf die... Kerrigan und Upadou, wenn ich den irgendwann sehe. Könnte ich das schon machen. Ein Eisbüschter verstärkt unsere Reihensterbliche. Ich will mal gucken gleich. Das wird unsichtbar werden. Ach, gar nichts jetzt, ey. Fotzetisch. Haha. Wow. Wow. Das ist dumm, wenn man den nicht in der Basis kommt. in der Basis tönen kann. Ah, egal. Gut. Würde ich mal sagen, GG. Wer played. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und alles, was dazu gehört. Ciao. MVP. Ja. Komm, jetzt gib mir ein bisschen Daumen nach oben. Komm, gib mir einen Daumen nach oben. Über Abba, tu mal einen. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. après.